Herzlich Willkommen! Wir möchten Ihnen vorstellen, was genau wir bei der Kompaktweiterbildung Hypnosystemische Kompetenz anzubieten haben. Mein Name ist Ute Zander-Schreindorfer. Mein Name ist Cordula Meyer-Erben. Ich sage auch herzlich Willkommen. Wir beide leiten diese Weiterbildung und es geht in erster Linie darum, systemisch erfahrene Therapeuten und Therapeutinnen zu unterstützen, nochmal ganz andere Ansätze aus der Hypnotherapie und aus dem Hypnosystemischen zu nutzen. Das betrifft zum Beispiel das Arbeiten mit Bildern in Veränderungsprozessen und das Anzapfen von unbewussten, wirksamen Prozessen, die auch was mit Embodiment zu tun haben. Du hast jetzt gerade schon Embodiment als Stichwort genannt und das ist die Stärke vom Hypnosystemischen Ansatz, auch das Körperwissen mit einzubeziehen, nicht nur die Kognition, unser Hirn, sondern auch der Körper hat ein gewisses Wissen und über den Körper können wir Veränderungen beeinflussen. Wir werden uns darauf konzentrieren, mit Sprachmustern zu arbeiten und bewusst und gezielt Sprache einzusetzen, um bestimmte Veränderungsprozesse optimal in Gang zu setzen. Und ein weiterer Baustein ist die Selbsthypnose. Wie können wir uns selber, aber auch Kunden und Patientinnen dazu anregen, diese transähnlichen Zustände, Erlebniszustände für sich zu nutzen, in eine gute Wirksamkeit, in einen Flow und was auch immer das Ziel sein soll, zu kommen? Das ist hilfreich bei Beratungsprozessen rund um Stress und Burnout. Das ist hilfreich, um Entspannungsprozesse gezielt zu unterstützen. Und das ist auch hilfreich bei Ängsten und Depressionen, aber auch bei beruflichen Themen, also im Bereich des Coachings, wo es darum geht, mit sehr, sehr herausfordernden Situationen umzugehen. Und damit hast du ja auch schon die Zielgruppe dieser Kompakt Weiterbildung angesprochen. Profitieren können alle Berater, Therapeutinnen, Psychotherapeuten, Supervisoren oder Coaches, die einfach ihre Art von Gesprächsführung nochmal erweitern wollen und nochmal andere Zugänge kennenlernen wollen, um zum einen oft schnelle Ergebnisse erzielen zu können und auch nachhaltige Ergebnisse. Ja, besuchen Sie unsere Informationsveranstaltung. Wir freuen uns auf Sie.